Ich möchte mich vorstellen als Staatsverbrecher. Ich weiß nicht, ob Sie vis-à-vis schon mal einen Staatsverbrecher gesehen haben, aber die DDR hat gemeint, ich wäre einer und hat mich auch infolgedessen dann verurteilt. Man war den Leuten hilflos ausgeliefert. Man hätte aus irgendeinem Grunde eine Krankheit erleiden können und diese Krankheit nicht überstanden. Ich habe damals irgendein Schutzpanzer umgelegt. Ich habe heute noch keine Gefühle. Kann man nicht beschreiben. Das ist die Angst, die mich in den Träumen noch ab und zu heimsucht und die einfach verwurzelt ist. Das ist wie, ich sage immer, ein Stein auf der Seele, der nie weggeht. Die Angst ist immer da, wieder allein dazustehen und niemandem zu vertrauen und damit auch verrückt zu werden. Diejenigen, die Täter waren oder als solche benannt werden und von den Opfern angesprochen werden, zeichnen sich meistens durch Feigheit aus, durch Vermeiden, durch Flucht. Immer wieder, das wiederholt sich in der deutschen Geschichte. Die Täter und die Opfer wollen nicht miteinander sprechen. en Sie, die Täter kam. Um stug zu sein... und gleich zu sein. Wenn es das sogar wunderschönt hatte, B. 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 Untertitelung des ZDF, 2020